Achtung, du kennst bestimmt einen Soziopathen oder bist vielleicht sogar mit einem zusammen. Die große Frage ist, sind Soziopathen beziehungsfähig oder sind sie eigentlich schon festgelegt, dass es kriminelle Problemmenschen sind? In diesem Video spreche ich darüber, was den Soziopathen ausmacht, was sagt die Psychologie dazu, wie sieht es aus mit der Beziehungsfähigkeit, Bindungsfähigkeit und am Ende aus meiner Coachingpraxis ein ganz kurzes Beispiel, wo du sehen kannst, wie ein Soziopath sich in einer Beziehung konkret verhält. Verrückterweise gibt es den Soziopathen in der psychologischen Diagnose nicht, aber so im Volksmund, in unserer Bevölkerung, als wir uns vorstellen, haben wir sofort das Bild vom Joker aus Batman. Irgend so einem Gesetzesbrecher, skrupellos, geht er natürlich einfach voll auf Schaden anderer Menschen an allem vorbei, holt sich das, was er will, ohne sich an Gesetze und Rechte zu halten. Moment, wenn es den Soziopathen gar nicht gibt, was sagt denn die Psychologie dann zu solchen Menschen, die so vorgehen? Sie haben eine dissoziale Persönlichkeitsstörung in der Psychologie und dort drunter, also Leute, die tatsächlich eben mit sozialen Normen, Regeln etc. Extrem Schwierigkeiten haben und darunter würde der Soziopath fallen. Zentral beim Soziopathen ist, er missachtet und verstößt gegen soziale Normen und das gute, normale menschliche Verhalten, wie du und ich es eigentlich im Alltag bräuchten und auch normalerweise an den Tag legen. So ein kleines Beispiel, wir alle kennen die rote Ampel und wir sind da bestimmt auch schon mal drüber gelaufen, du und ich natürlich nicht, aber andere tun das. Das ist zum Beispiel ein leicht asoziales Verhalten, bei dem man nämlich gegen Normen verstößt. Aber wir wissen das ganz genau, wir haben so ein kleines schlechtes Gewissen. Nicht so der Soziopath. Bei ihm ist das so, dass er viel krassere Sachen machen kann, also wirklich straffällig, straftätig, richtig schwere Sachen machen kann, ohne irgendein Gefühl von Reue, ohne irgendein Mitgefühl, wenn dabei jemand anderes zu Schaden kommt. Achtung, wieder, du erinnerst dich an das andere Video hier, Mitgefühl und Empathie ist nicht dasselbe, es geht darum, er hat kein Mitgefühl, er spürt überhaupt nicht, dass es dir schlecht geht, er kriegt da gar nicht mit, interessiert ihn auch gar nicht. Erst dadurch auch häufig hat er keine Impulskontrolle, das heißt, er knallt raus, der Joker passt ganz gut, er fliegt dann plötzlich aus und knallt durch die Gegend oder da muss man kurz aus die Luft gesprengt werden, hoch, weil es jetzt nötig war. Er wollte es eigentlich später machen, aber Bumm, Impulskontrolle, nicht da, knallt er einfach mal kurz durch. Und ganz spannend, das Ganze fängt schon früh an, häufig vor dem 15. Lebensalter, wenn wir die soziale Persönlichkeitsstörung der Psychologie betrachten. Es ist übrigens nicht verwunderlich, dass viele den Soziopathen mit dem Psychopathen gleichsetzen. Achtung zum Psychopathen, habe ich ein anderes Video, was du hier findest. Und nun die große Frage, wie sind Soziopathen in Beziehungen? Haben wir eine subklinische Soziopathie vorliegen, das heißt kein kriminelles Verhalten, haben wir natürlich die Bindungstypen, die eher bindungsängstlich sind oder ganz konkret vermeidender Bindungstyp oder der ängstliche Bindungstyp. Beim vermeidenden Bindungstyp kann es dann trotzdem so sein, dass er in der Beziehung, weil er einfach überfordert ist, Impulskontrolle etc., vielleicht schon mal zu psychischer oder physischer Gewalt neigt. Das ist der Moment, wo, wenn es bei dir vorkommt, ich dich bitte, dir sofort Hilfe zu holen. Hol dir Coaching oder hol dir psychologische Unterstützung. Auf gar keinen Fall solltest du versuchen, das selbst hinzubekommen. Du hast da keine Chance. Haben wir den ängstlichen Bindungstyp, das ist der, der sich dann eher so ganz still und leise so in seiner eigenen kleinen Schale zurückzieht. Dann hast du ebenfalls einen vermeidenden Bindungstypen, der dir also auch aus dem Weg geht und eher dem das alles zu viel ist, der auch nicht ganz versteht, was bei dir los ist, der also auch sehr viel Gefühlskälte ausstrahlen kann. Aber wir haben keine psychische oder physische Gewalt. Das ist eher dieses passive Wegbrechen, wo du denkst, wieso komme ich gar nicht oder gar nicht an ihn oder gar nicht an sie heran. Und wenn du mal ein bisschen in eine solche soziopathische Persönlichkeit dich hineinfühlst, du hast dann, wie gesagt, jemanden, der kein Mitgefühl hat, der diese Grenzen nicht kennt, der sich ziemlich dissozial oder asozial verhält. Diese Person hat extreme Schwierigkeiten zu vertrauen, weil sie das selbst ja gar nicht mitbringen, wie wir gleich noch sehen werden, was sie nämlich alles so für Züge haben in Beziehungen. Und da sie selbst eben keine tollen Partner sind, erst mal so vom klassischen, wann mich ein guter Partner, haben sie natürlich, weil man ja immer von sich auf andere schließt, natürlich auch ein extremes Problem mit Vertrauen dir gegenüber. Und dann, wenn man kein Vertrauen hat, was macht man dann? Ja, wie wenn jemand krankhafte Eifersucht hat. Man wird sehr kontrollsüchtig. Das heißt, sie sind teilweise, und jetzt Achtung wieder mit diesem soziopathischen Hintergrund, keine Scham, mal eben sich alles bei dir anzuschauen, dich zu stalken, von vorne bis hinten alles durchzulesen und reinzugehen, weil ich habe dir nicht vertraut. Die denken gar nicht, dass das vielleicht deine Privatsphäre war, die sie da gerade so ein bisschen gebrochen haben, weil sie eben Soziopathen sind. Ja, und welche Verhaltensweisen, die ziemlich unangenehm für dich sein können und auch sind, zeigen jetzt solche Soziopathen? Lügen, natürlich, weil sie biegen sich die Realität zurecht, wie sie es wollen. Da auch ohne rot zu werden an der Stelle, schamlos. Betrügen, fremdgehen, weil Impulskontrolle, huch, war halt so süß, aber war gerade so toll, hat mich so schön angefasst, hat, ich wusste gar nicht so, du denkst so, wie bitte? Und wenn du zuhörst, merkst du, die Person ist komplett in ihrem eigenen Film. Die rafft gerade gar nicht, dass dir das wehtut, sondern die lässt sich kurz teilhaben an ihrer kleinen Achterbahnfahrt. Da saß sie halt plötzlich drin, huch, und natürlich unangenehme Süchte, Glücksspiel, Drogensucht etc., solche Dinge, wo wieder die Impulskontrolle sich auf irgendwas draufstürzt, wo sie denken, sie sind ja sowieso quasi gesetzfrei, sie können ja tun, was sie wollen, aber natürlich nicht, dass du es weißt, es gibt nur blöde Diskussionen, also plötzlich kommt heraus, Glücksspiel, Geld wurde verzorgt, Drogenabhängigkeiten, Schulden wurden heimlich aufgebaut, solche Dinge, über die kannst du stolpern. Wenn du mit der Person darüber sprichst, dann denkst du die ganze Zeit, warum zeigt der keine Reue? Warum kann sie es so sagen, so mit diesem Stolenfall so, ja, ist halt so, ist halt so. Das ist für mich so dieses Kalte, dieses Mitgefühlslose, wo du merkst, die Person lebt im Grunde genommen in einem leeren, kargen Raum. Ein kleines, saftiges Beispiel zum Schluss. Lügen. Häufig haben wir das, dass jemand mit seinem Alter lügt und dann helfen wir als Coaches, dass die Beziehung weitergeht, wenn diese kleine Lüge rauskommt. Was ist, wenn der Soziopath gelogen hat? Folgendes. Dann wird zuerst mal ständig rumgelogen, dass es so ist und erst mal so ein kleiner Ausweis gefälscht. Das kann der Ausweis von der Videothek sein oder kann irgendein anderer Ausweis sein, den er noch zu Hause schön mit Kratzen und so weiter in Ordnung kriegt. Die Klientin kommt zu uns und sagt, er hat mich angelogen, aber folgendes ist dann passiert, er ist in eine Polizeikontrolle geraten. Tja, jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil die Polizei darf natürlich nicht den Ausweis sehen, weil dann würde ja alles auffliegen. Also fängt er an, aufweg zu werden. Da wir Impulskontrolle nicht haben, da wir eben auch das Gefühl haben, wir können alles uns zurechtbiegen, flippt er aus und wird tatsächlich einfach mal mit auf die Wache genommen. Du denkst jetzt, an der Stelle würde er sagen, okay, ich gebe es zu. Nein, er kommt zurück und fängt an, noch mehr Urkunden zu fälschen, um zu sagen, dass die Polizei da Blödsinn gebaut hat und wirklich alles in Ordnung ist. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo du dich fragst, warum? Warum wird dieser Lügenkanal noch weiter gebaut? Man könnte doch einfach nur sagen, sorry, kannst mir verzeihen, ich liebe dich. Aber der Soziopath mit seinem mangelnden Mitgefühl ist längst auf so einer Verstrickung und in dieser Verstrickung rutscht er immer tiefer ins Loch, bis es zu Anzeigen kommt, bis es zu einem riesigen Eklat kommt und man sich am Schluss nur fragt, warum hat er nicht einfach das richtige Alter gesagt? Soziopathie ist ein Bewusstseinszustand, in dem die Realität anders aussieht, ich sehr kalt mein Ding verfolge und immer denke, ich komme damit durch, weil ich mich ja so ein bisschen leicht auch allen anderen überlegen fühle, weil ich mich eben an keine Regeln halten muss. Pass auf, dass dir sowas nicht passiert. Wir haben extra einen Test zusammengestellt. Ist dein Partner ein Soziopath? Gibt es im nächsten Video. Und wenn du irgendeine Freundin hast, von der du denkst, die muss unbedingt vor Soziopathen gewarnt und gerettet werden oder auch ein Freund, teilt das Video. Sorg dafür, dass Menschen auf sowas nicht reinfallen, diese Beziehungen werden irgendwann zur Folter.